Stanley G. Weinbaum Die Welten des Wenn Eine Produktion von der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Ich hatte auf dem Weg zum Staten Island Airport angehalten, um anzurufen, und das war zweifellos ein Fehler, da ich es sonst vielleicht geschafft hätte. Aber die Angestellten waren freundlich. Wir halten das Schiff fünf Minuten für sie auf, sagte der Mitarbeiter. Mehr können wir leider nicht tun. Also eilte ich zurück zu meinem Taxi, wir fuhren in die dritte Etage und rasten über die Statenbridge wie ein Komet, der einen stählernen Regenbogen überquert. Ich musste bis zum Abend, genauer gesagt bis acht Uhr in Moskau sein, um das Angebot für den Bau des Uraltunnel abzugeben. Die Regierung verlangte die persönliche Anwesenheit eines Vertreters jeden Bieters. Aber die Firma hätte es besser wissen müssen, als mich, Dixon Wells, zu schicken, auch wenn die N.J. Wells Corporation sozusagen mein eigener Vater ist. Ich habe den, nun ja, unverdienten Ruf, zu allem zu spät zu kommen. Es kommt immer etwas dazwischen, das mich daran hindert, pünktlich zu sein. Es ist nie meine Schuld. Dieses Mal war es eine zufällige Begegnung mit meinem alten Physikprofessor, dem alten Haskel van Manderpoots. Ich konnte ihm nicht einfach Hallo und Auf Wiedersehen sagen, denn ich war schon in der Studienzeit im Jahr 2014 sein Liebling gewesen. Natürlich habe ich den Flieger verpasst. Ich war noch auf der Statenbridge, als ich das Dröhnen des Triebwerks hörte und die sowjetische Rakete Baikal wie ein Leuchtspur Geschoss mit einem langen Flammenschweif über uns hinweg brummte. Wir bekamen den Auftrag trotzdem. Die Firma telegrafierte unserem Mann in Beirut und er flog nach Moskau, aber meinem Ruf war das nicht zuträglich. Ich fühlte mich jedoch viel besser, als ich die Abendzeitungen sah. Die Baikal, die am nördlichen Rand der östlichen Einflugschneiße flog, um einem Sturm auszuweichen, war mit einem britischen Frachtschiff zusammengestoßen und alle, bis auf 100 ihrer 500 Passagiere, waren ums Leben gekommen. Ich wäre beinahe zum letzten Mr. Welts geworden, in einem noch schlimmeren Sinne. Ich hatte mich für die folgende Woche mit dem alten van Manderpoots verabredet. Anscheinend war er als Leiter der Abteilung für moderne Physik, das heißt Relativitätstheorie, an die NYU versetzt worden. Er hatte es verdient. Der alte Knabe war ein Genie, wenn es je eines gab. Und selbst jetzt, acht Jahre nach meinem Abschluss, erinnere ich mich an mehr von seinem Kurs als an ein halbes Dutzend Kalkulationen, Dampf und Gas, Mechanik und andere Gefahren auf dem Weg zu einer Ingenieursausbildung. Am Dienstagabend kam ich also etwa eine Stunde zu spät. Um ehrlich zu sein, hatte ich die Verabredung bis Mitte des Abends vergessen. Er las in einem Zimmer, das so unordentlich war wie immer. Oh, grunzte er. Die Zeit ändert alles, nur nicht die Gewohnheit, wie ich sehe. Du warst ein guter Student, Dick, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass du immer in der Mitte der Vorlesung angekommen bist. Ich hatte gerade noch einen Kurs in East Hall, erklärte ich. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Nun, es wird Zeit, dass du lernst, pünktlich zu sein, knurrte er. Dann funkelten seine Augen. Zeit, rief er aus. Das faszinierendste Wort der Welt. Wir haben es schon fünfmal, das sechste Mal und das siebte Mal in der ersten Minute unseres Gesprächs benutzt. Jeder von uns versteht es. Aber die Wissenschaft fängt gerade erst an, seine Bedeutung zu begreifen. Wissenschaft, ich meine, dass ich gerade anfange, es zu verstehen. Ich setzte mich hin. Du und Wissenschaft sind ein Synonym, grinste ich. Bist du nicht einer der besten Physiker der Welt? Einer von ihnen, schnappte er. Einer von ihnen, ja. Und wer sind die anderen? Oh, Covey und Hastings und Schrimski. Pah! Würdest du sie in einem Atemzug mit dem Namen Van Manderports nennen? Ein rudischer Kahle, das die Ideen Krümel frisst, die von meinem Festmahl der Gedanken fallen. Wenn du ins letzte Jahrhundert zurückgehen würdest, wenn du Einstein und des Sitte erwähnt hättest, dann gäbe es vielleicht Namen, die es wert wären, mit Van Manderports auf eine Stufe gestellt zu werden oder knapp darunter. Ich grinste wieder amüsiert. Einstein galt als ziemlich gut, nicht wahr? bemerkte ich. Immerhin war er der Erste, der Zeit und Raum mit dem Labor verbunden hat. Vor ihm waren sie nur philosophische Konzepte. Das hat er nicht, schimpfte der Professor. Vielleicht hat er auf eine undeutliche, primitive Art und Weise den Weg gewiesen. Aber ich, ich, Van Manderports, bin der Erste, der die Zeit ergreift, sie in mein Labor zerrt und ein Experiment an ihr durchführt. Ach ja? Und was für ein Experiment? Welches Experiment außer einer einfachen Messung kann man denn durchführen? schnauzte er. Warum? Ich weiß es nicht. Um darin zu reisen? Ganz genau. Wie diese Zeitmaschinen, die in den aktuellen Magazinen so beliebt sind? Um in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu reisen? Bah! Viele Bars! In die Zukunft oder in die Vergangenheit, pfui. Es braucht keinen Manderports, um den Irrtum darin zu erkennen. Einstein hat uns das gezeigt. Wie? Es ist doch denkbar, oder nicht? Denkbar? Und du, Dixon Wells, hast bei Van Manderport studiert. Er wurde rot vor Erregung. Dann wurde er grimmig ruhig. Hör mir zu. Du weißt, wie sich die Zeit mit der Geschwindigkeit eines Systems verändert. Einsteins Relativitätstheorie. Ja? Sehr gut. Nehmen wir an, der große Ingenieur Dixon Wells erfindet eine Maschine, die sich sehr schnell fortbewegen kann. Enorm schnell. Neunzehntel so schnell wie das Licht. Kannst du mir folgen? Gut. Dann betankst du dieses Wunderschiff für eine kleine Spritztour von einer halben Million Meilen. Da die Masse und damit die Trägheit nach der Einstein-Formel mit zunehmender Geschwindigkeit zunimmt, braucht es allen Treibstoff der Welt. Aber du löst das Problem. Du nutzt die Atomenergie. Da dein Schiff bei neunzehntel Lichtgeschwindigkeit etwa so viel wiegt wie die Sonne, vernichtest du Nordamerika, damit du genügend Treibstoff hast. Du startest mit dieser Geschwindigkeit 168.000 Meilen pro Sekunde und fährst 204.000 Meilen weit. Die Beschleunigung hat dich jetzt erdrückt, aber du bist in die Zukunft vorgedrungen. Er hielt inne und grinste sardonisch. Stimmt's? Ja? Und wie weit? Ich zögerte. Benutze doch deine Einstein-Formel, kreischte er. Wie weit? Ich sag's dir. Eine Sekunde. Er grinste triumphierend. So weit ist es möglich, in die Zukunft zu reisen. Und was die Vergangenheit angeht, erstens müsstest du die Lichtgeschwindigkeit überschreiten, was sofort den Einsatz von mehr als unendlich vielen Pferdestärken bedeutet. Wir nehmen an, dass der große Ingenieur Dixon Wells auch dieses kleine Problem gelöst hat, obwohl die Energie des gesamten Universums nicht unendlich viele Pferdestärken hat. Dann setzt er diese mehr als unendliche Kraft ein, um zehn Sekunden lang mit 204.000 Meilen pro Sekunde zu reisen. Dann ist er in die Vergangenheit vorgedrungen. Wie weit? Wieder zögerte ich. Ich werde es dir sagen. Eine Sekunde. Er funkelte mich an. Jetzt musst du nur noch eine solche Maschine konstruieren und dann wird Van Manderpoort zugeben, dass es möglich ist, in die Zukunft zu reisen. Für eine begrenzte Anzahl von Sekunden. Was die Vergangenheit angeht, habe ich gerade erklärt, dass die gesamte Energie des Universums dafür nicht ausreicht. Aber stammelte ich. Du hast doch gerade gesagt, dass du ich habe nichts davon gesagt, dass man in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen kann. Denn ich habe dir gerade gezeigt, dass das unmöglich ist. Im einen Fall eine praktische Unmöglichkeit. Im anderen eine absolute Unmöglichkeit. Ähm, wie kann man dann in der Zeit reisen? Nicht einmal Van Manderpoort kann das Unmögliche vollbringen, sagte der Professor, der jetzt leicht amüsiert wirkte. Er tippte auf einen dicken Block Schreibmaschinenpapier auf dem Tisch neben ihm. Siehst du dick, das ist die Welt, das Universum. Er strich mit einem Finger darüber. Es ist lang in der Zeit und, er strich mit der Hand darüber. Es ist breit im Raum. Aber, er stupste mit dem Finger gegen die Mitte. Es ist sehr dünn in der vierten Dimension. Van Manderpoort nimmt immer den kürzesten, den logischsten Weg. Ich reise nicht durch die Zeit, weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft. Nein. Ich reise quer durch die Zeit. Seitwärts. Ich schluckte. Seitwärts in die Zeit. Was ist dort? Was soll da natürlich sein? schnaubte er. Vor uns liegt die Zukunft. Hinter uns die Vergangenheit. Das sind die realen Welten der Vergangenheit und der Zukunft. Welche Welten sind weder Vergangenheit noch Zukunft, sondern Gegenwart und doch? Extemporal. Sozusagen in der Zeit parallel zu unserer Zeit existierend? Ich schüttelte den Kopf. Idiot, schnaubte er. Die konditionalen Welten natürlich. Die Welten des Wenn. Vor uns liegen die Welten, die sein werden. Dahinter die Welten, die waren. Und zu beiden Seiten die Welten, die hätten sein können. Die Welten des Wenn. Ich war verblüfft. Meinst du damit, dass du sehen kannst, was passieren wird, wenn ich das und das tue? Nein, schnaubte er. Meine Maschine kann weder die Vergangenheit noch die Zukunft vorhersagen. Sie zeigt, wie ich dir schon sagte, die bedingten Welten. Du könntest es so ausdrücken. Wenn ich dies und das getan hätte, wäre dies und jenes passiert. Die Welten des Konjunktivs. Und wie zum Teufel geht das? Ganz einfach. Für Van Manderpoot. Ich benutze polarisiertes Licht, das nicht in der horizontalen oder vertikalen Ebene polarisiert ist, sondern in der Richtung der vierten Dimension. Eine einfache Sache. Man benutzt den Island-Spat unter kolossalem Druck. Das ist alles. Und da die Welten in Richtung der vierten Dimension sehr dünn sind, reicht die Dicke einer einzigen Lichtwelle aus, auch wenn sie nur ein Millionstel eines Zolls beträgt. Eine erhebliche Verbesserung gegenüber Zeitreisen in die Vergangenheit oder Zukunft mit ihren unmöglichen Geschwindigkeiten und lächerlichen Entfernungen. Aber sind diese Welten des Wenn real? Real? Was ist real? Real sind sie vielleicht in dem Sinne, dass zwei eine reelle Zahl ist im Gegensatz zu Wurzel aus Minus zwei, die imaginär ist. Sie sind die Welten, die gewesen wären, wenn. Verstehst du? Ich nickte. Schemenhaft. Man könnte zum Beispiel sehen, wie New York ausgesehen hätte, wenn England statt der Kolonien die Revolution gewonnen hätte. Das ist das Prinzip. Das stimmt schon. Aber auf der Maschine kannst du das nicht sehen. Ein Teil davon ist ein Horsten-Psychomat, der übrigens auf eine meiner Ideen zurückgeht. Und du, der Benutzer, wirst Teil des Geräts. Dein eigener Verstand ist notwendig, um den Hintergrund zu liefern. Wenn zum Beispiel George Washington den Mechanismus nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags hätte benutzen können, hätte er sehen können, was du andeutest. Das können wir nicht. Du kannst nicht einmal sehen, was passiert wäre, wenn ich das Ding nicht erfunden hätte. Aber ich kann es, verstehst du das? Natürlich. Du meinst, der Hintergrund muss in den vergangenen Erfahrungen des Benutzers liegen. Du bist ja immer brillanter, spottete er. Ja, das Gerät wird zehn Stunden zeigen, was passiert wäre, wenn. Natürlich verdichtet wie in einem Film auf die tatsächliche Zeit von einer halben Stunde. Das klingt sehr interessant. Willst du es sehen? Gibt es etwas, das du gerne herausfinden würdest? Würdest du irgendetwas ändern? Ich würde sagen tausend. Ich würde gerne wissen, was passiert wäre, wenn ich meine Aktien 2009 statt 2010 verkauft hätte. Damals war ich zwar schon Millionär, aber ich war ein bisschen, naja, ein bisschen spät dran mit dem Verkauf. Wie immer, bemerkte Van Manderpoot. Dann lass uns rüber ins Labor gehen. Das Quartier des Professors war nur einen Häuserblock vom Campus entfernt. Er führte mich in das Physikgebäude und von dort in sein eigenes Forschungslabor, das demjenigen ähnelte, das ich während meiner Kurse bei ihm besucht hatte. Das Gerät, er nannte es seinen Konjunktivator, da es in hypothetischen Welten arbeitete, nahm den gesamten mittleren Tisch ein. Das meiste davon war nur ein Horsten-Psychomat, aber Kristallin und Gläsern glitzerte das Prisma aus Island-Spat, das polarisierende Mittel, das das Herzstück des Gerätes war. Van Manderpoot zeigte auf das Kopfteil. Setz es auf, sagte er, und ich starte auf den Bildschirm des Psychomaten. Ich nehme an, jeder kennt den Horsten-Psychomat. Er war vor ein paar Jahren genauso eine Modeerscheinung wie das Witcher-Board vor einem Jahrhundert. Doch er ist nicht nur ein Spielzeug. Manchmal ist er, ähnlich wie das Witcher-Board, eine echte Erinnerungshilfe. Ein Labyrinth aus unscharfen und farbigen Schatten wird langsam über den Bildschirm bewegt, und man beobachtet sie, während man sich die Szenen oder die Umstände vorstellt, an die man sich erinnern will. Man dreht an einem Knopf, der die Anordnung der Lichter und Schatten verändert, und wenn das Muster zufällig mit dem geistigen Bild übereinstimmt, presto. Die Szene wird vor den Augen des Benutzers nachgestellt. Natürlich fügt der eigene Verstand die Details hinzu. Alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, sind diese farbigen Licht- und Schattenkleckse. Aber die Sache kann erstaunlich real sein. Ich habe Fälle erlebt, in denen ich hätte schwören können, dass der Psychomat Bilder zeigt, die fast so scharf und detailliert sind wie die Realität selbst. Die Illusion ist manchmal wirklich verblüffend. Van Manderpootz schaltete das Licht ein und das Schattenspiel begann. Erinnere dich jetzt an die Umstände, sagen wir, ein halbes Jahr nach dem Börsencrash. Drehe den Knopf, bis das Bild klar wird und halte dann an. Dann richte ich das Licht des Konjunktivators auf die Leinwand, und du musst nur noch zuschauen. Ich tat wie geheißen. Augenblickliche Bilder entstanden und verschwanden wieder. Die unbestimmten Geräusche des Geräts summten wie ferne Stimmen, aber ohne die zusätzliche Suggestion eines Bildes bedeuteten sie nichts. Mein eigenes Gesicht blitzte auf und verschwamm wieder, und dann hatte ich es endlich. Es gab ein Bild von mir, wie ich in einem undefinierten Raum saß. Das war alles. Ich ließ den Drehknopf los und gestikulierte. Es folgte ein Klicken. Das Licht wurde dunkler und dann heller. Das Bild löste sich auf, und erstaunlicherweise tauchte eine andere Gestalt auf. Eine Frau. Ich erkannte sie. Es war Wimsy White. Ehemaliger Fernsehstar und Hauptdarstellerin der Vision Varieties of 2009. Sie war auf dem Bild zwar verändert, aber ich erkannte sie. Und ob ich sie erkannte. Ich war ihr in den Boom-Jahren 2007 bis 2010 hinterhergelaufen und hatte versucht, sie zu heiraten, während der alte N.J. tobte und schimpfte und drohte, alles der Gesellschaft zur Wiederherstellung der Wüste Gobi zu hinterlassen. Ich glaube, diese Drohungen hielten sie davon ab, mich zu nehmen. Aber nachdem ich mein eigenes Geld geschnappt und es in den verrückten Jahren 2008 und 2009 auf ein paar Millionen vermehrt hatte, ließ sie sich erweichen. Vorübergehend, meine ich. Als der Crash im Frühjahr 2010 kam und mich wieder zu meinem Vater in die Firma von N.J. Wells zurückbrachte, sank ihre Gunst um ein Dutzend Punkte auf einen. Im Februar waren wir verlobt, im April sprachen wir kaum noch miteinander. Im Mai wurde ich dann verlassen. Ich war wieder zu spät gekommen. Und jetzt war sie auf dem Bildschirm des Psychomaten zu sehen. Offensichtlich aufgedunsten und nicht annähernd so hübsch, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Sie starrte mich mit einem feindseligen Blick an. Und ich starrte zurück. Das Brummen wurde zu stimmen. Du Schwachkopf, schnauzte sie. Du kannst mich nicht hier draußen verscharren. Ich will zurück nach New York, wo es immerhin ein bisschen Leben gibt. Ich bin gelangweilt von dir und deinem Golf. Und ich bin gelangweilt von dir und deinem ganzen verrückten Haufen. Wenigsten ist er lebendig. Du bist ein wandelnder Tote. Nur weil du das Glück hattest, dir ein wenig Geld zu erspielen, hältst du dich für einen Blechgott. Nun, ich glaube nicht, dass du Kleopatra bist. Deine Freunde sind hinter dir her, weil du Party schmeißt und Geld ausgibst. Mein Geld. Besser als es zu verprassen, um eine weiße Walnuss an einem Berghang zu klopfen. Ach ja, du solltest es versuchen, Mary. Das war ihr richtiger Name. Es könnte deiner Figur helfen, obwohl ich bezweifle, dass das überhaupt geht. Sie schäumte vor Wut und... Nun, das war eine schmerzhafte halbe Stunde. Ich werde hier nicht alle Details nennen, aber ich war froh, als ich der Bildschirm in bedeutungslose farbige Wolken auflöste. Uff, sagte ich und starrte Van Manderpoots an, der gerade las. Hat es dir gefallen? Es hat mir gefallen. Ich schätze, ich hatte Glück, dass ich leer ausgegangen bin. Ich werde es von nun an nicht mehr bereuen. Das, sagte der Professor großspurig, ist Van Manderpoots großer Beitrag zum menschlichen Glück. Von allen traurigen Worten, die man mit der Zunge oder der Feder sagen kann, sind diese die traurigsten. Es hätte sein können. Das gilt nicht mehr, mein Freund Dick. Van Manderpoots hat gezeigt, dass die richtige Formulierung lautet, es hätte schlimmer sein können. Es war sehr spät, als ich nach Hause kam und folglich auch sehr spät, als ich aufstand und ebenso spät, als ich ins Büro kam. Mein Vater hat sich unnötig darüber aufgeregt, aber er hat übertrieben, als er sagte, dass ich noch nie pünktlich gewesen bin. Er vergisst die Gelegenheiten, bei denen er mich geweckt und mit nach unten gezerrt hat. Es war auch nicht nötig, so sarkastisch darauf hinzuweisen, dass ich die Baikal verpasst habe. Ich erinnerte ihn an den Absturz der Baikal, woraufhin er sehr herzlos erwiderte, dass die Rakete, wenn ich an Bord gewiesen wäre, zu spät gekommen wäre und somit den Zusammenstoß mit dem britischen Fruchtfrachter verpasst hätte. Es war auch überflüssig zu erwähnen, dass, als er und ich versucht hatten, ein paar Wochen Golf in den Bergen zu spielen, sogar der Frühling Verspätung hatte. Damit hatte ich nichts zu tun. Dixon, schloss er, du hast überhaupt keine Vorstellung von Zeit. Überhaupt keine. Das Gespräch mit Van Manderpoots kam mir wieder in den Sinn. Ich sah mich gezwungen zu fragen, und haben Sie eine, Sir? Habe ich, sagte er grimmig. Das habe ich ganz sicher. Zeit, sagte er orakelhaft, ist Geld. Mit so einem Standpunkt kann man nicht argumentieren. Aber seine Anschuldigungen stießen mir sauer auf, besonders die über die Baikal. Ich war vielleicht zu spät gekommen. Aber es war kaum vorstellbar, dass meine Anwesenheit an Bord der Rakete die Katastrophe hätte abwenden können. Das ärgerte mich. In gewisser Weise machte er mich für den Tod von Hunderten von Passagieren und Besatzungsmitgliedern verantwortlich, die nicht gerettet werden konnten. Und dieser Gedanke missfiel mir. Natürlich, wenn sie fünf Minuten länger auf mich gewartet hätten, oder wenn ich pünktlich gewesen wäre und sie planmäßig statt mit fünf Minuten Verspätung abgeflogen wären, oder wenn... 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 Das Wort rief von Mandapot und seinen Konjunktivator auf den Plan. Die Welten des Wenn. Die seltsamen, unwirklichen Welten, die neben der Realität existierten, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern in der Gegenwart und doch außerhalb der Zeit. Irgendwo zwischen ihren geisterhaften Unendlichkeiten gab es eine, die die Welt darstellte, die gewesen wäre, wenn ich den Leiner bestiegen hätte. Ich musste nur Haskel von Mandapot anrufen, einen Termin vereinbaren und dann... Es herausfinden. Trotzdem war es keine leichte Entscheidung. Angenommen, ich würde mich verantwortlich fühlen. Natürlich nicht rechtlich, sondern moralisch. Denn ich konnte ja nicht ahnen, dass meine Anwesenheit oder Abwesenheit über Leben und Tod entschied, und ich konnte auch nicht wissen, in welche Richtung die Waage kippen würde. Ich war einfach nur verantwortungsbewusst. Das war alles. Aber ich hasste es, das herauszufinden. Ich hasste es auch, es nicht herauszufinden. Und die Ungewissheit hat ihre Tücken, die genauso schmerzhaft sind wie die Reue. Es ist vielleicht weniger belastend, wenn ich weiß, ob ich verantwortlich bin, als wenn ich mich das frage und meine Gedanken an vergebliche Zweifel und sinnlose Vorwürfe verschwende. Also griff ich zum Visiphon, wählte die Nummer der Universität und erblickte endlich die breiten, humorvollen und intelligenten Züge von... van Manderpoot, der durch meinen Anruf aus einer Morgenvorlesung gerissen wurde. Ich war fast pünktlich zur Verabredung am nächsten Abend und wäre vielleicht sogar pünktlich gewesen, wenn nicht ein unvernünftiger Verkehrspolizist darauf bestanden hätte, mich wegen zu schnellen Fahrens anzuhalten. Auf jeden Fall war van Manderpoot beeindruckt. Also, krummelte er, fast hätte ich dich verpasst, Dixon. Ich wollte gerade zum Club rübergehen, weil ich dich erst in einer Stunde erwartet habe. Du kommst nur zehn Minuten zu spät. Ich ignorierte das. Professor, ich möchte Ihren Konjunktivator benutzen. Oh, ja, da hast du aber Glück. Ich wollte ihn gerade demontieren. Zerlegen? Warum? Er hat seinen Zweck erfüllt. Es hat eine Idee hervorgebracht, die viel wichtiger ist als er selbst. Ich werde den Platz brauchen, den es einnimmt. Aber was ist das für eine Idee, wenn ich nicht allzu anmaßend fragen darf? Sie ist nicht zu anmaßend. Du und die Welt, die so sehnsüchtig erwartet, mögen es beide wissen, aber du hörst es aus dem Munde des Autors. Es ist nichts weniger als die Autobiografie von van Manderpoot. Er machte eine beeindruckende Pause. Ich starte ihn an. Deine Autobiografie? Ja, die Welt, auch wenn sie es vielleicht nicht weiß, schreit nach ihr. Ich werde detailliert über mein Leben und meine Arbeit berichten. Ich werde mich als der Mann zu erkennen geben, der für die dreijährige Dauer des Pazifikkriegs 2004 verantwortlich ist. Du, kein anderer, wäre ich damals nicht ein loyaler niederländischer Untertan und damit neutral gewesen, wären die Mächte in Asien in drei Monaten statt in drei Jahren vernichtet worden. Der Konjunktivator hat es mir bestätigt. Ich hätte eine Rechenmaschine erfunden, um die Chancen jedes Gefechts vorherzusagen. Van Manderpoot hätte das Hit-or-Miss-Element in der Kriegsführung beseitigt. Er runzelte feierlich die Stirn. Das ist meine Idee. Die Autobiografie von van Manderpoot. Was hörst du davon? Ich sammelte meine Gedanken wieder. Es ist, ähm, es ist kolossal, sagte ich heftig. Ich werde mir selbst ein Exemplar kaufen, mehrere Exemplare. Ich werde sie an meine Freunde schicken. Ich, sagte van Manderpoot großspurig, werde dein Exemplar für dich signieren. Es wird unbezahlbar sein. Ich werde einen passenden Satz schreiben, vielleicht so etwas wie Magnificus set non superbus. Großartig, aber nicht stolz. Das beschreibt van Manderpoots gut, der trotz seiner Größe einfach, demütig und bescheiden ist. Meinst du nicht auch? Vollkommen. Eine sehr treffende Beschreibung von dir. Aber könnte ich nicht deinen Konjunktivator sehen, bevor er abgebaut wird, um Platz für das größere Werk zu machen? Ah, du willst etwas herausfinden. Ja, Professor, erinnerst du dich an die Baikal-Katastrophe vor ein oder zwei Wochen? Ich sollte mit dem Leiner nach Moskau fliegen. Ich habe ihn knapp verpasst. Ich erzählte ihm die Umstände. Hm, runzte er. Du willst wissen, was passiert wäre, wenn du ihn erwischt hättest, was? Nun, ich sehe mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine, die wahr wäre, wenn du pünktlich gewesen wärst. Eine, die davon abhängt, dass die Rakete auf deine Ankunft gewartet hätte. Und eine, die davon abhängt, ob du innerhalb der fünf Minuten, die sie tatsächlich gewartet haben, angekommen wärst. Woran bist du interessiert? Oh, das Letzte. Das schien mir am wahrscheinlichsten. Schließlich war es zu viel erwartet, dass Dixon Wells jemals pünktlich sein würde. Und was die zweite Möglichkeit anging, nun, sie hatten nicht auf mich gewartet und das nahm in gewisser Weise die Verantwortung von mir. Nun, komm schon, polterte Van Manderpoot. Ich folgte ihm hinüber zum Physikgebäude und in sein vollgestopftes Labor. Das Gerät stand immer noch auf dem Tisch und ich nahm davor Platz und starrte auf den Bildschirm des Horsten-Psychomaten. Die Wolken schwankten und verschoben sich, während ich versuchte, meine Erinnerungen an ihre suggestiven Formen zu übertragen und ein Bild jenes vergangenen Morgens in sie hineinzulesen. Dann hatte ich es. Ich erkannte den Ausblick von der Staten Bridge und raste über die riesige Brücke in Richtung Flughafen. Ich winkte Van Manderpoots zu, das Ding machte Klick und der Konjunktivator sprang an. Der graslose Lehm des Feldes erschien. Das Seltsame am Psychomaten ist, dass man nur durch die Brille des eigenen Erinnerns auf den Bildschirm blickt. Das verleiht der Funktionsweise des Spielzeugs eine seltsame Realität. Ich vermute, dass eine Art Selbsthypnose dafür mitverantwortlich ist. Ich eilte über den Platz auf das glitzernde, silbern geflügelte Geschoss zu, das die Baikal war. Ein finster, dreinblickender Offizier winkte mich heran und ich rannte die Schräge der Gangway hinauf und in das Schiff hinein. Das Tor fiel zu und ich hörte ein langes, erleichtertes Uff. Setz dich, bellte der Offizier und wies auf einen freien Platz. Ich ließ mich darauf fallen. Die Maschine bebte unter dem Druck des Triebwerks, setzte sich ruckartig in Bewegung und wurde dann in die Luft katapultiert. Die Explosionen dröhnten augenblicklich und wurden dann zu einem dumpfen Porren und ich sah zu, wie Staten Island nach unten fiel und unter mir zurücklitt. Die riesige Rakete war in Bewegung. Uff. Ich atmete wieder auf. Geschafft. Ich erhaschte einen amüsierten Blick von rechts. Ich saß auf einem Platz am Gang. Links von mir war niemand, also drehte ich mich zu den Augen um, die aufgeleuchtet hatten, schauten und eisern starrten. Es war ein Mädchen. Vielleicht war sie gar nicht so hübsch, wie sie mir vorkam. Schließlich sah ich sie durch den halbdurchsichtigen Bildschirm eines Psychomaten. Seitdem habe ich mir eingeredet, dass sie gar nicht so hübsch sein konnte, wie sie aussah und dass es an meiner eigenen Fantasie lag, die die Details ergänzte. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich neugierig auf die schönen, silberblauen Augen und das samtig braune Haar starrte, auf einen kleinen, amüsierten Mund und eine freche Nase. Ich starrte sie so lange an, bis sie errötete. Oh, tut mir leid, sagte ich schnell. Ich habe mich erschrocken. An Bord einer trans-ozeanischen Rakete herrscht eine freundliche Atmosphäre. Die Passagiere sind sieben bis zwölf Stunden lang auf engstem Raum zusammengepfercht und es gibt nicht viel Bewegungsfreiheit. In der Regel macht man mit seinen Nachbarn Bekanntschaft. Man muss sich nicht vorstellen und kann mit jedem reden, mit dem man will, ähnlich wie bei einer ganztägigen Fahrt in den Zügen des letzten Jahrhunderts. Man schließt Freundschaften für die Dauer der Reise und in neun von zehn Fällen hört man nie wieder etwas von seinen Mitreisenden. Das Mädchen lächelte. Bist du derjenige, der für die Verspätung beim Staat verantwortlich ist? Ich gab es zu. Ich scheine chronisch zu spät zu sein. Selbst Uhren werden langsamer, sobald ich sie trage. Sie lachte. Deine Pflichten können nicht sehr schwer sein. Nun, das waren sie natürlich nicht, obwohl es erstaunlich ist, wie viele Vereine, Golfjungs und Sängerinnen zu verschiedenen Zeiten für einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens auf mich angewiesen waren. Aber irgendwie hatte ich keine Lust, diese Dinge gegenüber dem silbereugigen Mädchen zu erwähnen. Wir unterhielten uns. Es stellte sich heraus, dass ihr Name Joanna Caldwell war und sie bis nach Paris reisen würde. Sie war Künstlerin oder hoffte, es eines Tages zu werden und natürlich gibt es keinen Ort auf der Welt, an dem man so gut ausgebildet und inspiriert wird wie in Paris. Also ging sie für ein Jahr dorthin und trotz ihrer schüchternen, humorvollen Lippen und lachenden Augen konnte ich sehen, dass das Geschäft für sie von großer Bedeutung war. Ich erfuhr, dass sie für das Jahr in Paris hart gearbeitet und drei Jahre lang als Modeillustratoren für eine Frauenzeitschrift geschuftet und geackert hatte, obwohl sie nicht viel älter als 21 gewesen sein konnte. Ihre Malerei bedeutete ihr sehr viel und ich konnte das verstehen. So hatte ich auch mal beim Polo empfunden. Man sieht also, wir waren uns von Anfang an sympathisch. Ich wusste, dass sie mich mochte und es war offensichtlich, dass sie Dixon Wells nicht mit der N.J. Wells Corporation in Verbindung brachte. Und was mich betrifft, nach diesem ersten Blick in ihre kühlen, silbernen Augen wollte ich einfach nirgendwo anders mehr hinsehen. Drei Stunden schienen wie Minuten zu vergehen, während ich sie beobachtete. Man weiß ja, wie so etwas ist. Plötzlich nannte ich sie Joanna und sie nannte mich Dick und erschien, als hätten wir das schon unser ganzes Leben lang getan. Ich hatte beschlossen, auf dem Rückweg von Moskau einen Zwischenstopp in Paris einzulegen und sie hatte mir versprochen, dass ich sie besuchen durfte. Sie war ganz anders als die berechnende Whimsey White und noch weniger als die tanzenden, albernen, schwindelnden, jungen Leute, die man bei gesellschaftlichen Anlässen trifft. Sie war einfach Joanna. Gelassen und humorvoll, aber dennoch sympathisch und ernsthaft und so hübsch wie eine Majulika-Figur. Wir konnten es kaum fassen, als der Stuart vorbeikam, um die Bestellungen für das Mittagessen aufzunehmen. Vier Stunden unterwegs? Es kam uns vor wie vierzig Minuten und wir hatten ein angenehmes Gefühl der Vertrautheit, als wir feststellten, dass wir beide Hummersalat mochten und Austern verabscheuten. Das war ein weiteres Band. Ich sagte ihr launig, dass es ein Omen sei und sie hatte nichts dagegen, es so zu sehen. Danach gingen wir den schmalen Gang entlang zu dem verglasten Aussichtsabteil weiter vorne. Es war fast zu voll, um hineinzukommen, aber das machte uns nichts aus, denn so mussten wir sehr eng beieinander sitzen. Wir blieben noch lange, nachdem wir beide schon die stickige Luft bemerkt hatten. Kurz nachdem wir zu unseren Plätzen zurückgekehrt waren, geschah die Katastrophe. Es gab keine Vorwarnung, nur ein plötzliches Schlingern, das vermutlich auf den vergeblichen Versuch des Piloten zurückzuführen war, in letzter Minute noch auszuweichen. Und dann ein knirschendes Krachen und ein schreckliches Gefühl des Trudelns. Es war eine furchtbare Schlacht. Fünfhundert Menschen rappelten sich vom Boden auf, trampelten aufeinander herum und wurden hilflos zu Boden geworfen, während das große Raketenflugzeug, dessen linker Flügel nur noch ein abgebrochener Stummel war, in Richtung Atlantik kreiste. Die Rufe der Offiziere ertönten und ein Lautsprecher trönte. Ruhe bewahren, hieß es immer wieder und dann. Es gab eine Kollision. Wir haben Kontakt mit einem Überlandschiff. Es besteht keine Gefahr. Es besteht keine Gefahr. Ich kämpfte mich aus den Trümmern der kaputten Sitze hoch. Joanna war verschwunden. Gerade als ich sie zusammengesunken zwischen den Reihen fand, schlug das Schiff mit einem Ruck auf das Wasser auf, der alles wieder zum Krachen brachte. Aus dem Lautsprecher ertönte, legen Sie die Schwimmwesten unter den Sitzen an. Die Rettungsgurte sind unter den Sitzen. Ich löste einen Gurt und legte ihn Joanna um. Dann zog ich mir selbst einen an. Die Menge drängte nun nach vorne und das Heck des Schiffes begann zu sinken. Hinter uns schwappte das Wasser in die Dunkelheit, als die Lichter ausgingen. Ein Offizier kam vorbei, bückte sich und legte einer bewusstlosen Frau vor uns einen Gurt an. Alles in Ordnung, rief er und ging weiter, ohne auf eine Antwort zu warten. Der Lautsprecher muss an einem Batteriestromkreis gekoppelt gewesen sein. Und entfernen Sie sich so weit wie möglich, dröhnte es plötzlich. Springen Sie aus dem vorderen Bereich und entfernen Sie sich so weit wie möglich. Ein Schiff steht bereit. Sie werden erwartet. Springen Sie von der... Das Dröhnen erstarb. Ich befreite Joanna aus dem Frack. Sie war blass. Ihre silbrigen Augen waren geschlossen. Ich fing an, sie langsam und mühsam zum vorderen Ausgang zu zerren und die Neigung des Bodens nahm zu, bis sie wie bei einer Skisprungschanze war. Der Offizier kam wieder vorbei. Werden Sie mit ihr fertig? fragte er und raste weiter davon. Ich hatte es geschafft. Die Menge um den Ausgang schien kleiner zu werden. Oder rückte sie nur näher zusammen? Plötzlich ertönte ein Schrei der Angst und Verzweiflung und das Wasser rauschte. Die Wände des Aussichtsabteils hatten nachgegeben. Ich sah die grüne Woge der Wellen und eine kreischende Flut stürzte auf uns herab. Ich war wieder einmal zu spät gekommen. Das war alles. Erschrocken hob ich meinen Blick vom Konjunktivator und sah Van Manderpoots an, der auf die Tischkante kritzelte. Und? fragte er. Ich erschauderte. Schrecklich, murmelte ich. Wir wären wohl nicht unter den Überlebenden gewesen. Wir? Was? Wir? Seine Augen funkelten. Ich klärte ihn nicht auf. Ich bedankte mich bei ihm, wünschte ihm eine gute Nacht und ging traurig nach Hause. Sogar mein Vater bemerkte, dass etwas an mir seltsam war. An dem Tag, an dem ich nur fünf Minuten zu spät ins Büro kam, rief er mich zu sich, um mich nach meinem Befinden zu fragen. Ich konnte ihm natürlich nichts sagen. Wie sollte ich ihm erklären, dass ich einmal zu oft zu spät gekommen war und mich in ein Mädchen zwei Wochen nach ihrem Tod verliebt hatte? Der Gedanke machte mich fast wahnsinnig. Joanna. Joanna mit ihren silbernen Augen lag jetzt irgendwo Büro auf dem Grund des Atlantiks. Ich ging halb benommen umher und sprach kaum noch. Eines Abends fehlte mir sogar die Kraft, nach Hause zu gehen und ich saß rauchend im großen gepolsterten Sessel im Büro meines Vaters, bis ich endlich einschlief. Am nächsten Morgen, als der alte N.J. hereinkam und mich vor sich sah, wurde er blass wie Papier, taumelte und keuchte mein Herz. Es bedurfte einer Menge Erklärungen, um ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht zu früh im Büro war, sondern nur sehr spät nach Hause ging. Schließlich spürte ich, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Ich musste etwas tun, irgendetwas. Schließlich dachte ich an den Konjunktivator. Ich könnte sehen, ja, ich könnte sehen, was passiert wäre, wenn das Schiff nicht gesunken wäre. Ich könnte diese seltsame, unwirkliche Romanze ausfindig machen, die sich irgendwo in den Welten des Wenn versteckte. Vielleicht könnte ich den Dingen, die hätten sein können, eine düstere, stellvertretende Freude abtrotzen. Ich konnte Joanna noch einmal sehen. Es war schon später Nachmittag, als traf ihn schließlich in der Halle des Physik Gebäudes an. Dick, rief er aus. Bist du krank? Krank? Nein, nicht körperlich, Professor. Ich muss wieder deinen Konjunktivator benutzen. Ich muss es tun. Oh, dieses Spielzeug. Du kommst zu spät, Dick. Ich habe es bereits abgebaut. Ich habe eine bessere Verwendung für den Platz. Ich stöhnte jämmerlich auf und war versucht, die Autobiografie des großen Van Manderpoot zu verdammen. In seinen Augen zeigte sich ein Schimmer des Mitgefühls. Er nahm mich am Arm und zog mich in das kleine Büro, das an sein Labor angrenzte. Erzähl es mir, forderte er mich auf. Ich tat es. Ich glaube, ich habe die Tragödie deutlich genug gemacht, denn er runzelte mitleidig die Stirn. Nicht einmal Van Manderpoot kann die Toten zurückbringen, murmelte er. Es tut mir leid, Dick. Mach dir keine Gedanken über die Angelegenheit. Selbst wenn mein Konjunktivator verfügbar wäre, würde ich dir nicht erlauben, ihn zu benutzen. Damit würdest du das Messer in der Wunde drehen. Er hielt inne. such dir etwas anderes, um dich zu beschäftigen. Mach es wie Van Manderpoot. Finde die Vergesslichkeit in der Arbeit. Ja, antwortete ich dumpf. Aber wer will schon meine Autobiografie lesen? Das ist ja nur für dich. Autobiografie? Oh, ich erinnere mich. Nein, das habe ich aufgegeben. Die Geschichte selbst wird das Leben und die Werke von Van Manderpoots aufzeichnen. Jetzt bin ich mit einem viel größeren Projekt beschäftigt. Ach ja, ich war völlig desinteressiert und schwermütig. Ja, Gorgli war hier, Gorgli, der Bildhauer. Er soll eine Büste von mir anfertigen. Welches bessere Vermächtnis könnte ich der Welt hinterlassen, als eine Büste von Van Manderpoot, die originalgetreu angefertigt wurde. Vielleicht werde ich sie der Stadt schenken, vielleicht der Universität. Ich hätte sie der Royal Society geschenkt, wenn sie ein wenig aufgeschlossener gewesen wäre, wenn sie wenn, wenn, das letzte Wort in einem Schrei. Hä? Wenn, rief Van Manderpoot. Was du im Konjunktivator gesehen hast, ist das, was passiert wäre, wenn du den Flieger erwischt hättest. Das weiß ich. Aber in Wirklichkeit könnte etwas ganz anderes passiert sein, verstehst du denn nicht? Sie, sie, wo sind die alten Tageszeitungen? Er wühlte sich durch einen Stapel davon. Schließlich holte er eine hervor. Hier, hier sind die Überlebenden. Wie flammend sprang mir Joanna Caldwells Name ins Auge. Es gab sogar einen kleinen Absatz darüber, wie ich sah, als mein wirres Gehirn mir erlaubte zu lesen. Mindestens ein Dutzend Überlebende verdanken ihr Leben der Tapferkeit des 28-jährigen Navigators Horace Hope, der während der Panik in beiden Gängen patrouillierte, den verletzten und hilflosen Rettungswesten anlegte und viele in Sicherheit brachte. Er blieb bis zuletzt in der sinkenden Rakete und kämpfte sich schließlich durch die zerbrochenen Wände des Aussichtsraums an die Oberfläche. Zu den Menschen, die dem jungen Offizier ihr Leben verdanken, gehören Patrick Owensby, New York City, Mrs. Campbell Warren, Boston, Miss Joanna Caldwell, New York City. Ich nehme an, mein Freudenschrei wurde im Verwaltungsgebäude gehört, das nur wenige Blocks entfernt war. Es war mir egal. Wenn Van Manderpoot nicht mit einem strubbigen Schnurrbart bewaffnet gewesen wäre, hätte ich ihn geküsst. Vielleicht habe ich es trotzdem getan. Ich kann mir nicht sicher sein, was ich in diesen chaotischen Minuten in dem kleinen Büro des Professors getan habe. Endlich beruhigte ich mich. Sie muss mit den anderen Überlebenden gelandet sein. Und die waren alle auf dem britischen Trampfrachter Hosgood, der letzte Woche hier angelegt hat. Sie muss in New York sein. Und wenn sie nach Paris gegangen ist, werde ich das herausfinden und ihr folgen. Nun, das ist ein seltsames Ende. Sie war in New York, aber Dixon Wells hatte Joanna Caldwell sozusagen durch den Konjunktivator des Professors kennengelernt, aber Joanna hatte Dixon Wells nie getroffen. Was für ein Ende hätte sein können, wenn... Aber das war es nicht. Sie heiratete Orris Hope, den jungen Offizier, der sie gerettet hatte. Ich war wieder einmal zu spät. Die Welten des Wenn von Stanley G. Weinbaum Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Gelsen 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 Gelsen